Hallo Osterferien! Ja zwei Wochen frei! Also die zumindest. Freust du dich? Ja und heute machen wir einen kleinen Tagesausflug. Wo es hingeht, sagen wir euch aber noch nicht. Ihr kennt die aber ganz bestimmt. Ich freue mich. Du auch? Ja. Jetzt geht's los. Jetzt müssen wir erst eine kleine Runde Autofahren und dann geht es für euch gleich weiter. So wir sind jetzt auch da und als erstes wird natürlich gearbeitet. Also die Kinder nicht und Katharina nicht, aber ich muss arbeiten. Und zwar? Die Kinder? Sag mal nichts. Die sind zu Hause und müssen da arbeiten. Die müssen arbeiten. Die ich habe euch ja mitgenommen. Wir sammeln hier Kräuter. Ach wir lassen uns deswegen Zeit damit wir nicht noch was schnippeln müssen. Wir kommen gleich nach Hause und dann ist das Fleisch auf dem Tisch. So. Hervorragend. Also jetzt seht ihr auch wo wir sind. Tip-Tap-Tube. Vielleicht haben sie die einen oder anderen erraten. Im Wald. Im Wald. Genau. Hier schön im Wald, wo man halt so hingeht. Aber das Baumhaus zeigen wir euch auch gleich. Wunderbar. Komm wir wollen noch ein bisschen sammeln. Ja. Der Bärlauch wächst im grünen Wald. Ist mega talle, jung und alt. So. Wir haben ja den Bärlauch nicht umsonst gesammelt. Denn? Das sieht ja schon gut aus hier, was du da machst. Das ist ein bisschen dunkel geworden hier. Ich glaube, die könnte ich direkt runternehmen. Die ist doch keine reiches. Fröstaromen. Fröstaromen. Wenn du jetzt Tim Milzer wärst, würdest du sagen, das muss so sein. Okay. Das muss so sein. Also das ist genau so gewollt. Doch. Das wird super. Das sehe ich schon. So. Es sind natürlich noch andere da. Hi. Chrissy ist noch da. Nex natürlich. Marie. Esch, wo bist du? Ja, genau. Du bist auch dabei. Ja, ja. Und, ach, guckt euch das mal an. Das sieht ja aus hier. Also, wie viele Familien kommen denn noch? Also jeweils. Zwei Familien. Esch. Essen müssen. Ja. Der ist gerade jetzt aus der Schule wieder gekommen. Ja. Aber morgen ist ja das Schultag. Morgen. Und ihr habt zwei Wochen dann auch Ferien? Ja. Zwei Wochen Ferien. Okay. Und mein Freund ist auch da. Ja. Er brennt noch nicht mehr. Ah. Die Kameras kennst du, ne? Wenn sie da ist, oh, da muss ich mich benehmen, ne? Nicht eben. Die ganze Zeit hat er, eigentlich wollte er Katharina anbellen, aber er guckt nicht so gut. Deswegen hat er mich, hat er mich angebellt. Aber, ja. So, jetzt essen wir erst mal. Ich glaube, das wird lecker. Und er ist auch da. Mahlzeit. Weißt du, ob du Schuss oder was? Ja. So, jetzt wollten wir hier gerade schön draußen in der Sonne chillen. Haben wir auch gemacht. Haben wir gemacht, aber wir waren noch nicht fertig. Aber jetzt werden wir geholt. Da hieß es nur, könnt ihr jetzt mal kommen? Ja, wir haben eine Überraschung für euch. Und jetzt müssen wir nämlich gleich was machen, glaube ich. Ein Video drehen oder sowas. Dann gucken wir mal. So, genau. So, was passiert hier jetzt? Wir schlagen uns jetzt. Oh, wir schlagen uns. Wir fangen jetzt an, um uns zu kugeln. Okay. Wir haben uns jetzt vorgenommen, mit diesen Wraps hier uns alle gegenseitig zu schlagen. Kennt ihr die Wrap-Challenge? Das werden wir jetzt machen. Wir nehmen gleich alle ein bisschen Wasser in den Mund. Okay, nacheinander. Wer will anfangen, fragen wir dir vor? Also, ich kann auch anfangen, aber nicht jeder. Nein! Seid ihr beide in die Küche gemacht? Oh nein! Es geht los. Doch, doch, doch. Hättest du das Challenge in die Küche? Achso, ja. Hast du auch mal? Ich muss geschickt machen. Ich lasse nicht, soll eure Mutter jetzt also. Ja, genau. Genau. Einfach Wasser für dich. Das ist auch für alle okay. Und nicht runter tun. Im Mund lassen. Okay? Mhm. Dann stellt euch vielleicht hier mal gegenüber hin. Mhm. Aber ey, ihr wisst, das hat einen guten Lasten. Nicht verlieren. Auch nicht, wenn jemand haut. So, jetzt macht ihr Scheele-Sharapier eine Runde. Okay, dann stellt euch hier. Ja. Okay. Du hast es gewonnen. Und du darfst jetzt ... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also meine Einfachstelle ist Erklärung was. Mhm? Auch rein. Du musst den Wasser im Mund lassen. Ganz wichtig. Okay, drei, zwei, eins und go. Okay, jetzt wieder Scheele-Sharapier. Du kannst auch ein bisschen ... Nochmal Scheele-Sharapier. Was machst du denn eigentlich? Okay, und? Jawoll. Okay. Scheele-Sharapier. Ja. Jawoll. Jetzt aber komm. Er hat jetzt vier Mal gemacht. Guck mal. Du jetzt einmal. Du musst diese vier Stücke in einen reinmachen. Das kostet echt eine Hemmung, ne? Guck mal, ich würde sagen, die beiden können jetzt einen aussuchen, der dran ist. Okay, ich nehm nur noch. Ja, dann nehm ich jetzt. Okay, Scheele-Sharapier. Seid ihr bereit? Nicht lachen! Ja, aber denk dran, das ist ein Mädchen. Ja, genau. Okay, ich stehe gleich schnell auf hier. Ja, was macht ihr? Sag mal. Mach, mach, mach. Okay? Okay, wir geben dir nur eine zweite Chance. Hast du da gedacht gewesen? Okay, passt noch, passt noch. Okay, also wie seid ihr bereit? Also nicht hier. Oh! 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 See? Oh! Wow! Ja, nehmt ihr Wasser. Ja, nehmt ihr Wasser. Okay, noch mal stehe, jetzt noch hier. Echt, du bist da nass, mach doch mal bitte. Bitte fehlt echt. Nimm dich nur noch, die ist nur ein Mädchen. Der Ehrenmann. Guck mal, ich kann sie nicht schlafen. Du bist sehr nett, ey. Jetzt machen wir, okay? Du eigentlich auch. Kurz, Ersch und ich. Oh nein. Du hast aber gekauft. Ja, ey. Ja, ey. Oh my god. Eeg, 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 eeg. I Ja, nehm. Ä Nebraska Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ich hab mir zum Punkt gesagt. Du sagst, du schaffst. Oh, oh. 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 Und wann das jetzt? Das ist eine rote Wange. Noch nicht das Ohr. Alter. Ich hätte wirklich den ganzen Tag so weiter gehen können. Okay. Ja, was? Alles. Okay. Jetzt ist es so richtig schön. War doch gar nichts. Hast du irgendwie... Okay. Nochmal, komm. Jawoll. Jetzt kriegst du alles. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der Rap geht langsam kaputt. Bisher hat nur eine Person Wasser verloren, oder? Ja. Du bist doch der Einzige, oder? Ja. Und das sogar ohne Rap. Freude holen und einmal hier so. Hä? Haben wir jetzt alle die machen wollen? Nein. Wir machen alles. Hm. Diese Angst. Oh mein Gott. Da ist voll die Schutzmatte noch drauf. Ja. Die Haare. Das machen wir ja. DasVERE Huh. Ah. also streng genommen hast du jetzt verloren aber ich glaube das können wir noch geändert ja machen 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 oh oh jetzt aber weiter gehts oh ja das alle eine gute aus was deine haare sind ein glück ja genau ich muss jeden vor einer runde anspruch war jeder dran der drinnen sind heute? so jetzt wenn man schon mal hier ist werden selbstverständlich auch noch tiktoks gedreht das ist quasi das making of auf tiktok habt ihr es vielleicht schon gesehen bei wem auch immer auf dem kanal alle alle hier alle bei tiktok vertreten oder alle bei tiktok wir sind durch mit tiktok ihr habt es vielleicht schon gesehen auf einem der kanäle entweder bei tiktok oder bei uns und jetzt sind wir auch durch für heute hat aber mit dem tanz das ging ganz schnell also ein versuch ein versuch war das durch und ja würde ich sagen wir lassen den tag hier noch ein wenig ausklingen und sagen vielen dank für das leckere essen hier vielen vielen dank sehr gerne auch gerne und weiß jetzt wo das ist also wenn im wald irgendwann mal wenn adrian irgendwann mal sagt dass kein bärlauch mehr da ist dann war ich da und hab ihn geklaut dann habe ich für dich schon ein kleines test also bis zum nächsten mal